Nichts ist schwieriger, als eine einfache Idee zu haben. Es gibt nur eine Art, die Dinge zu verbessern, Wissen zu mehren, Klarheit zu erreichen, die Wahrheit zu erkennen. Das Glück ist ein Konzept, das sich auf den Vergleich von Zuständen bezieht. Das Universum ist das Beste aller möglichen Universen, weil es das Beste aller möglichen Universen ist. Es gibt keine Philosophie, die auf einer einzigen Wahrheit beruht, sondern es gibt viele Wahrheiten, die in einer allgemeineren Wahrheit enthalten sind. Es gibt keine absolute Zeit. Es gibt nur relative Zeit. Die Seele ist ein winziges Teilchen des Universums, aber sie sieht das Universum aus einer anderen Perspektive. Es gibt keine zwei Dinge, die genau gleich sind. Wahrheit ist die Klarheit und Übereinstimmung von Ideen mit ihren Ursachen oder Objekten. Der wahre Wert eines Individuums kann nicht an seiner Leistung gemessen werden, sondern an seiner Fähigkeit, andere glücklich zu machen. Der Geist ist die Seele der Materie. Jedes Individuum ist ein Mikrokosmos, ein kleines Universum, das das große Universum widerspiegelt. Wissenschaft ist die Kunst, das Verständnis des Universums zu erweitern. Es ist besser, dass es eine Welt gibt, als dass es keine Welt gibt. Das Universum ist ein Labyrinth. Aber es ist ein Labyrinth, dessen Schönheit und harmonische Ordnung denen einer unendlichen Intelligenz verdankt wird. Jeder Teil des Universums hat einen Zweck, eine Bestimmung, eine besondere Rolle. Der menschliche Geist ist ein Spiegel des Universums, und das Universum ist ein Spiegel des menschlichen Geistes. Wir müssen das Universum betrachten, als ob Gottes schöpfte, um zu erkennen, wie es geschaffen wurde. Das Universum ist ein Buch, dessen Buchstaben die Sterne sind, und dessen Schrift die Naturgesetze sind. Wissenschaft besteht nicht darin, dass man alles weiß, sondern darin, dass man das Wesentliche erkennt. Vielen Dank, dass du dir die Zitate angesehen hast. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.